Musik ist eigentlich überall. Menschen berühren, offen sein, kreativ sein. Das alles kann ich mit Musik erreichen. Manchmal sind es Melodien aus dem Alltag, irgendwas, was jetzt im Laufe des Tages passiert ist oder Begegnungen. Ich versuche einfach all diese Komponenten zusammenzunehmen und daraus etwas Ganzes zu machen. Es ist manchmal auch nicht einfach nur das Musik machen. Ich hocke oft auch stundenlang vor dem PC, weil ich versuche, meine ganzen Gedanken und Aufnahmen irgendwie zusammenzubringen, dass das alles nach einem Ganzen klingt. Ich kann mithilfe meines PCs und eines Interfaces Soundkomponenten zusammenbringen. Das heißt, ich kann Gitarren, Spuren, Klavier, Bass, Schlagzeug und zum Schluss dann auch die Gesangsspur zusammenfügen, sodass sie im Einklang dann den fertigen Song ergeben. Ich brauche die Musik einfach für mich als Ausgleich. Es ist ein sehr vielseitiges Hobby. Erstaunlicherweise brauche ich genau diese Kreativität auch bei meinem Job bei der WWG Nürnberg. Denn jeden Tag sehe ich neue Gesichter, höre neue Geschichten. Und dann kommen immer wieder Probleme auf mich zu, die ich kreativ lösen muss. Wenn zum Beispiel Menschen mit ihrem Anliegen zu mir kommen, brauche ich in der Situation nicht nur Fachwissen, sondern auch Empathie. Denn auch hier zeigt sich, der Ton macht die Musik. Und dann kommen die Musik.